hallo liebe claudia grüß dich ja hallo liebe ankläre guten morgen ist ja teil der wetter bei art silber gruppe wetter bei art ist dieses neuartige coaching programm mit pinsel und farbe was eine mischung aus neuen gedankenimpulsen ist gepaart mit der malerei und neuen ansätzen aus dem bereich der malerei und dort bist du eine von sechs sehr selbstständigen erfolgreichen frauen und wir haben jetzt schon elf mal getroffen du persönlich machst ja payroll service europaweit und hast seit vielen jahren ein eigenes büro in der nähe von freiburg claudia heute wird es darum gehen unseren zuhörern zuschauern noch mal etwas zu einer mal übung zu sagen da ging es um das thema sehen lernen und der ansatz sich über die linie im grunde genommen einer thematik zu nähern kannst du uns mal zeigen was in dem kontext für dich entstanden ist und wie es entstanden ist ja wir haben also dann gelernt erst mal in der in der stunde dass jede linie einzigartig ist dass auch diagonalen ein bild sehr spannend machen können und die aufgabe war dann sich ein foto zu suchen mit mit vielen diagonalen mit spannenden diagonalen und das dann bildnerisch umzusetzen die linien und da habe ich mir also ein bild gesucht rausgesucht von unserem letzten segel urlaub und habe diese segeln segel mit den ganz vielen diagonalen abgemalt ja und das ist eben dadurch entstanden also letztendlich die ist ein ist ein segelbild von einem foto entstanden wunderbar ja genau genau ja also das ist das sind die das vor segel und das haupt segel mit den vielen schoten und das habe ich abgemalt ich muss es vielleicht ein bisschen ich mache mir das ein bisschen weiter weg damit man das bild als ganzes sehen kann ja sehr schön sehr schön so haben wir es gut gesehen immer ja gut jo und dieses bild habe ich eben mit verschiedenen mit verschiedenen malmitteln gemalt das bedeutet ich habe wasserfarbe genommen ich habe bleistift genommen ich habe ölkreide genommen um eben dann auch die verschiedenen die verschiedenen licht den verschiedenen lichteinfall eben dann auch darzustellen und das ist ein bild was mir auch ja wo ich wo ich gedacht habe okay ich habe mich darauf konzentriert auf die linien ich habe festgestellt die diagonalen sind da und das sind die die eigentlich das bild richtig interessant machen ja und das hat mir wirklich gut gefallen und ja jetzt bin ich stolz dass ich dieses bild eben auch habe das ist wunderbar und ich denke das kannst du tatsächlich auch sein was wäre denn so eine besondere erkenntnis die du aus dieser übung gezogen hast ja das war auch wieder neu dass ich halt die grenzen die grenzen von meiner prägung eben sprengen konnte dass ich eben auch in der lage bin solche solche bilder zu malen und das ja das die diagonalen eben das sind was ein bildspannend macht und was so eine räumlichkeit schafft ja ja vielen lieben dank claudia dass du uns hast teilhaben lassen an deinen erkenntnissen und gedanken und vor allen dingen auch an diesem wunderbaren bild ich hoffe es gibt einen schönen platz in deiner wohnung ganz sicher ich freue mich auf die weitere reise zusammen mit dir und der gruppe bei better by art ja ich freue mich auch noch auf die nächsten termine mit euch also vielen lieben dank und schönen tag für dich ja danke dir auch